hallo liebe bierfreunde von nah und fern und willkommen bei dem kleinen biertest mit mir den alten biersöffler ja wieder so ein kleiner short test ein kleiner test mini test weil ihr kennt ja die problematiken aber ich sage immer besser ein kleiner als gar keiner ich habe auch diesmal hier so eine art bierglas ist auch ein bierglas aufgetrieben ist schon mal eine kleine verbesserung wir machen uns ja und was gibt es heute heute gibt es das kaiser dom pilsner herb würzig aus bamberg hier ist pilzbier bayern also aus der 1 liter dose gab es einen discounter hier in italien ich habe es mal mitgenommen steht auch drauf im port also in allen möglichen sprachen der ganze spaß hat 4,7 prozent umdrehungen wasserkästen malz hopfen und hopfenextrakt nicht nur hopfen ist drin also schon mal was ihr seht ist noch frisch ich mache mal auf mal sehen ob es mir gelingt offen ist und ich bin gespannt was mich da so erwartet ja also mal schauen ich lass mal laufen das kommt aber ruppig rein ja ich habe hier sowas zum abstellen ja so freunde schon bei uns mal gibt sich erstmal als bier zu erkennen so sieht das ganze aus also schön viel schaum haben wir da mindestens drei fingerbreite blume ja fein bis mittelporig was ich hier so erkenne ich halte mal kurz gegen das licht eher ein helleres pilz helleres getreide gold würde ich sagen so was ich hier ich habe jetzt keine softbox nix hier aber so würde ich schon mal so als ich halt einfach mal rein dann könnt ihr das auch ein bisschen erkennen man schnuppern bewertung ja ich kann es jetzt nicht bewertet ich habe kein tasting glas hier leider aber naja ja was soll ich sagen also wenn ich es bewerten würde würde man so viel geben so 4 von 5 ok es riecht schon so ein bisschen hopfig das ist schon so ein bisschen aber auch ganz klein industriestandard man merkt es einfach es riecht so ein bisschen auch nach industrie standard bisschen malziger das ganze aber hopfen kommt durch eindeutig das probieren wir mal freunde ihr lieben auf euch zum wohl auf das bier und auf den genuss habe ich einen sonnenbrand ich glaube schon naja ach das ist wieso oh das ist aber würzig du das ist aber ein würziges pilz und das zieht sich weg hier mensch das ist ja würziges pilz süffig würzig die hopfenfloralität hinten raus hält sich in grenzen schade sich kein tasting glas da ab das würde ich gerne mal außer ja unter idealbedingungen testen wollen durchschnitt ne das ich würde sagen ist durchschnitt ist erstmal so ich merke gerade dass wir hier biertest im stehen machen das ist voll ungemütlich ich komme mir hier vor wir an so einer bar oder so ja früher war schön gemütlich da auf dem lümmelsessel und jetzt hier so naja ja freunde wo trinke ich jetzt noch aus ne ich würde sagen das ist ein guter durchschnitt freund also ich würde am liebsten vier punkte geben ich schätze mal mit einem tasting glas wird es wahrscheinlich auch da drauf hinauslaufen da ich es aber nicht hier habe da ist ein nihonchen hallo nihonchen seht ihr das hier ist ein nihonchen da hinten man sieht immer nur den schwanz ähm das ist ein hund kommt immer hinterher ich würde sagen was geben wann ja immer drei ne drei von fünf schrägstrich sechs möglichen punkten ist mit mir wert tendenz aber zur vier punkte hin ne schöner industrie standard aus bayern kannst du trinken kümmer ich mich jetzt noch drum wie gesagt für alle die jetzt noch mal neu dazu gekommen sind wie gesagt sind das alles kleine kurzvideos die wir hier machen weil ich willst irgendwie will ich ein video machen auf dem kanal über das bier das was getrunken haben ich halt noch mal rein so sieht die dose aus einfach so als erinnerung mal gucken wie die zukunft mit dem kanal weitergeht aber ich will es einfach ein kleines video machen deswegen gut freunde dann soll es das gewesen sein und wir sehen uns wieder wahrscheinlich beim nächsten video bis dahin ciao der Bierseffler